Die Karlbacher Radlader Schneefräse ist ein leistungsstarkes Schneeräumgerät in Monoblock-Bauweise, das sich durch universelle Verwendbarkeit, hohen Qualitätsstandard, ausgereifte Technik, leichtes Handling sowie robuste Bauweise für die rationelle und wirtschaftliche Schneeräumung auszeichnet. Der Antrieb erfolgt von einem quer hinter der Frästrommel eingebauten Antriebsmotor mittels stufenlos regelbarer hydrostatischer Kraftübertragung über ein Planetengetriebe, Überlastscherbolzenkupplung und Kettengetriebe. Die robuste Frästrommel besteht aus der mittigen Wurfbechertrommel und den seitlichen Frässchnecken in offener Speichenbauweise. Sie ist beidseitig gelagert. Angebaut wird die Schneefräse an die Hubarme des Radladers mittels Schnellwechseleinrichtung. Die Bedienung erfolgt über ein Steuerpult von der Fahrerkabine aus. An der Unterseite des Schneeführungskörpers ist eine geschraubte Schürfleiste als Verschleißschiene angebracht.